heute zeige ich dir meine lieblings flap übung sicher hast du schon mal gemacht ich zeige dir noch mal wie ich die übe oder wie ich gerne hätte das meine schüler und schülerinnen das üben und zwar nimmst du dein knie hoch stell dir vor du bist aufgebaut wie eine marionette die marionette hat ihren faden hier am knie und alles unterm knie ist willenlos also sowas kannst du gar nicht machen du kannst nur hoch und runter bewegen wenn du jetzt den flap langsam machst wir erinnern uns ein flap besteht aus einem brush und einem step dann sieht das in zeitlupe so aus bis du dich gut fühlst damit üb das ein paar mal achte darauf dass deine fersen den boden nicht berühren unser gewicht bleibt vorne je schneller du die flaps machst desto leichter wird das mit der balance je langsamer desto schwieriger deswegen würde ich dir empfehlen halte ich irgendwo fest an der wand an einem stuhl und dann kannst du ganz wie sie üben die fersen nicht auf dem boden zu nehmen genau wenn das gut klappt lässt du los und läufst durch den raum und versuchst dann ein bisschen schneller zu werden das heißt du nimmst dein knie wieder hoch denk an deine marionette lässt das bein fallen und das bein darf noch einmal über dem boden springen und dann landest du genau das übst du wieder einmal durch den raum im kreis da wo du die möglichkeit hast und versuchst schneller zu werden mach das in deinem tempo und dann versuch dir eine musik zu holen oder eine metronom runterzuladen die deinem tempo entspricht wichtig ist für die flaps dass die musik schwingt und beim metronom kannst du das selber entscheiden ich habe uns jetzt eine geschwindigkeit von 80 beats per mit eingestellt und wir versuchen einfach flaps darauf zu machen und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier du machst das so lange bis es sich gut anfühlt schau dass du locker bleibst atme weiter sing weiter und damit uns nicht langweilig wird machen wir eine kleine folge wir kombinieren die flaps mit stamps stamps sind schritte mit dem ganzen fuß mit gewicht also beide platten gleichzeitig mit gewicht ok wir machen sieben flaps und ein stamp ich drehe mich um dann kannst du folgen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 und 4 das wiederholen wir 2 mal hintereinander 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 dann machen wir drei flaps und ein stamp und wiederholen es auch zweimal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ein flap ein stamp und 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 stamp. Stamp 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 Stamp. Ein Flap, ein Stamp. Ein Flap, ein Stamp. Verlepp, Stamp 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 Stamp. Verlepp, Stamp. Verlepp, Stamp. Verlepp, Stamp 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 Stamp. Verlepp, Stamp. Verlepp, Stamp 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 Stamp. Nochmal. Verlepp, Stamp. Verlepp, Stamp. Verlepp, 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 Verlepp. Sehr gut, sortiere das aus, gehe nochmal zurück, falls du es noch nicht hast und wir machen es zusammen. Was super hilft ist, wenn wir es zusammen singen. Das heißt, wir machen 1, 2, 3, 4. Verlepp, 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 Verlepp. Verlepp, 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 Verlepp 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Super, wenn das Tempo funktioniert, wirst du schneller. Schraub dich langsam hoch und hab Spaß dabei. Und wir steigen wieder ein mit 100 Beats per Minute. 1, 2, 3 und. 120. 1, 2, 1, 2, 3. Wenn du soweit gekommen bist, dann geben wir zum Schluss noch ein bisschen Gas zusammen und probieren das mit 140 Beats per Minute. Wenn du mehr Videos von mir sehen willst, dann abonniere meinen Kanal oder melde dich zum Newsletter an, dann verpasst du keine Neuigkeiten. Und ich freue mich, dass du da bist. 1, 2, 1, 2, 3 und. Tschüss, bis zum nächsten Mal. 1, 2, 3, 5.